herzlich willkommen zu meinem podcast schamanisch bewusst hier spricht benjamin meyer ich möchte in dieser folge über die voraussetzung sprechen für schamanische heilarbeit für schamanismus sozusagen also was braucht man um ein schamanisches training machen zu können die frage bekommen wir oft gestellt deswegen möchte ich diese hier beantworten viele gehen ja davon aus dass man außerwelt sein muss oder schon alles mögliche an besonderen spirituellen fähigkeiten haben muss damit man ein schamanisches training absolvieren kann also dass man schaman ist schamanische heilarbeit schamanismus lernen kann da frage ich gleich mal zurück wenn man dann schon alles kann warum sollte man denn überhaupt noch eine ausbildung machen es ergibt ja überhaupt keinen sinn also dass das ist in sich einfach quatsch ja es ist so wenn jemand schon bestimmte fähigkeiten hat ja dann hilft demjenigen eine klar strukturierte schamanische ausbildung um die fähigkeiten die er schon entwickelt hat die sie schon zeigen die schon da sind ja um diese gezielt einsetzen zu können und um diese zu erweitern zu vertiefen ja zu gucken was kann ich noch mehr damit machen und und auch zu wissen was man da tut ja und und wie man die genau einsetzen kann welche möglichkeiten man damit hat wo das überhaupt herkommt und so weiter und so fort ist auch ganz ganz erstaunlich immer wenn man in diesem bereich denkt wow habe ich krasse fähigkeiten und man lässt das aber los und und entwickelt sich weiter und übt weiter ja und geht immer wieder in den anfängergeist und tut so als immer immer noch am anfang und lernt weiter dann merkt man so rückblickend irgendwann wow neulich dachte ich noch habe ich krasse fähigkeiten wenn ich im märz anguckt wo ich jetzt bin da war das ein witz ja und wenn man die erfahrung immer wieder mal macht dann dann merkt man oder hat man gelernt irgendwann okay das ist ein open end ja das geht immer noch krasser ja und der größte feind der weiterentwicklung ist hier dann einfach das ego das sich gerne einbildet wie weit es schon ist wie toll es ist ja wie weit entwickelt es ist sowie spirituell es ist das ego ja und dann dann sagt so ein ego gern ach ich kann schon alles ich brauche keine ausbildung mehr ich habe schon alles gelernt sogar leute die nie eine ausbildung genossen haben und wenn jemand noch keine besondere fähigkeiten hat da sage ich mal also spirituelle fähigkeiten schamanische fähigkeiten irgendwie das nicht dann dann lernt das eben ja weil das was wir ja schamanische fähigkeiten nennen das sind grundlegend menschliche fähigkeiten und die meisten haben sich halt noch nicht damit beschäftigt so wie jeder im prinzip auch flugzeugfliegen lernen kann aber nicht jeder macht das ja trotzdem könnte es jeder und klar manche sind hier einfach begabter als andere muss man so sagen aber alle müssen sie trainieren um das richtig zu lernen und dieses innewohnende potenzial hervorzulocken und damit umgehen zu lernen und zu wissen was man tut und wann was anwendet und wann nicht und wie und so und was die gefahren sind und so weiter und so fort ich habe auch schon mal jemanden erlebt der total von sich überzeugt war und 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 sehr begabt ja wie der quasi ja in seinem training eher faul war und weil er dachte ich kann ja schon alles ich muss nicht nicht mehr viel trainieren deswegen laber du mal weiter ich kann schon und derjenige wurde krass überholt von anderen die die anfangs quasi noch keine fähigkeiten zur verfügung hatten und und die sind dann viel viel besser geworden einfach weil weil die geübt haben weil die ihr potenzial schritt für schritt entfaltet haben und der der so begabt war und nicht trainiert hat der konnte dann gewisse dinge nicht die die anderen dann konnten ja also also trainieren müssen alle wenn sie gut werden wollen und gerade die die eine begabung mitbringen muss ich schon was zeigt gerade die müssen viel üben dass gerade die müssen viel üben das ist wichtig aber weil wir sind ja beim thema voraussetzung da komme ich auch gleich noch mehr dazu so eine begabung ist keine voraussetzung man muss das nicht schon können um das zu lernen das gibt es in sich ja keinen sinn man muss das nicht vorab schon alles können man lernt das in der ausbildung man muss auch nicht auswählt aus der welt sein dafür von wem oder was auch immer man kann sich dazu entscheiden das zu lernen und dann zu üben und da lernt man es auch wenn man dran bleibt und übt ja wie mit allem in der welt weil das was grundlegend menschliches ist das sind fähigkeiten die die kann jeder lernen und dann geht es einfach ums training ja man muss es nur richtig lernen ich habe umgekehrt auch schon menschen erlebt die die dann ja die vor der schamanischen ausbildung quasi irgendwie ja noch nicht ich sag mal groß nichts konnten keine fähigkeiten hatten keine außersinnige wahrnehmung keine energie wahrnehmung und sowas aber die wollten das lernen weil das weil sie gemerkt haben das ruft mich irgendwie ja und 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 die waren die waren dann total überrascht was ich nach wenigen wochen training einfach das so gezeigt hat weil weil sie an ihr potenzial das innen drin war weil sie da dran gekommen sind die haben das einfach entdeckt und das haben wir dann zusammen einfach aktiviert und schritt für schritt an die oberfläche gebracht und nutzbar gemacht und so so kann so kann sich bei jemandem auch ein richtig krasses schamanisches erbe zeigen der sich bisher in seinem jetzigen leben hier mit schamanismus oder spiritualität noch noch überhaupt nicht beschäftigt hat ja damit bisher noch gar nichts am hut hatte und wenn jemand so jemand schamanisches training hat macht dann kann sein da tut sich voll was krasses auf ja und können wohl die krassen fähigkeiten sich zeigen schon oft erlebt ja so ich zähle dir jetzt auf was für voraussetzung man wirklich braucht für eine schamanische ausbildung bei uns zumindest und es wird dich vermutlich überraschen jetzt das erste würde sagen dass es eigentlich ist das das wichtigste du musst einen klaren funken in dir haben so etwas was in dir brennt dafür das sagt so ja da leuchten die augen wir erleben das immer wenn wir erzählen wie unsere ausbildung so aussieht und was man da alles lernt und wenn jemand dann leuchtete augen hat dann wissen ah da ist der funken ja darauf achten wir wenn du dir da nicht sicher bist ob du so ein funken hast das kann ja auch mal sein dann komm mal gern zu uns in gespräch weil dann brauchst du vielleicht jemand der dir hilft dich da zu klären dabei helfen wir dir gerne wenn dabei rauskommt dass das was für dich ist super gern bei uns training machen wenn dabei rauskommt das ist nichts für dich dann werden wir dich auch nicht überreden bei uns das training zu machen weil da da haben wir keine lust drauf wir wollen leute die so richtigen funken dafür haben die zweite voraussetzung du musst zeit für das training haben in deinem alltag jeden tag halbe stunde stunde so was zeit brauchst du dafür kapazität brauchst du dafür sonst kannst du so ein training nicht machen weil das ist ein das ist wirklich ein training wo man über mehrere wochen und monate wirklich täglich was übt wenn man das richtig lernen möchte ja dann weitere voraussetzung du brauchst natürlich lust auf das thema du musst darauf haben dich mit diesen schamanischen themen zu beschäftigen ja dann brauchst auch etwas ich beschreibe das mal mit mit neugierde oder eine gewisse offenheit in das unbekannte vorzustoßen das heißt du musst irgendwie bereit sein die welt noch mal ganz neu zu entdecken und die dinge die du bisher geglaubt hast oder was du denkst was war es was nicht weiß dass du teilweise diese dinge mal beiseite lässt und einfach dich öffnest dafür das ganze die welt anders zu betrachten weil wir wir gehen da in bereiche rein bei einem schamanischen training die erst ja die die nichts mit dem alltag zu tun haben und da muss man einfach offen sein es so anzunehmen wie es ist und und nicht am alltag so festzuhalten ja das heißt du musst bereit sein das alltägliche loszulassen und offen zu sein für das unbekannte und da brauchst du auch mut dafür ja und dann natürlich brauchst du finanzielle mittel weil in unserer gesellschaft kostet das natürlich was ja oder du brauchst halt ein lehrer der einen anderen ausgleich annimmt ja und und alles andere ja also ich behaupte das sind die voraussetzungen ja bei uns zumindest voraussetzungen mehr gibt es nicht und weil ich bin der meinung jeder der bock hat und ein funken dafür hat und offen dafür ist der und bereit ist zu trainieren der kann das auch lernen ja so wie ich das bei pingel zumindest und alles andere liegt am am lehrer und an der lehrweise also an der struktur des trainings und das dass du natürlich fleißig übst und dann bleibst du nicht aufgibst und es gehört natürlich ein gewisses vertrauen dazu der ganzen sache und am lehrer weil wenn jemand da misstrauisch rangeht dann steht das ich selber weg sonst natürlich auch klar ja okay das sind die voraussetzungen wo ich denke ja die brauchst ja ja wenn dir das gefallen hat diese folge und die ja geholfen hat dann abonniere sehr gern mein podcast würde mich freuen freue mich auch über eine fünf sterne bewertung bei spotify oder und apple podcast und ja dann danke für deine zeit und bis zur nächsten folge was gut